Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Kennt ihr den schon? Ein Mann, der auf dem Hals abwärts geliehen ist, wollte über den Atlantik schwimmen. Leider musste er umdrehen, weil er hatte Ohrenkrämpfe. Der Montagswitz. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Schaut mal auf mabacher.tv meiner Facebook-Seite vorbei. Ich wünsche euch eine schöne Woche und nicht vergessen, Lachen macht lustig.